Hallo und herzlich willkommen zurück bei CitySkylines, bei unserer großen kleinen Stadt oder kleinen Großstadt im beschaulichen Luftkurort Bad Ruppingen. So, ich glaube nach dem ein oder anderen kleinen Malheur, was mit den letzten Folgen passiert ist, sollte es jetzt eigentlich alles funktionieren. Unsere Stadt wächst nach oben immer weiter. Ich sehe, wir haben einen kleinen Stau, weil die alle da irgendwo ins Industriegebiet wollen, was jetzt nicht so ganz toll ist. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wie gehen wir denn weiter vor? Das war unsere Recyclingstation, die läuft fast auf vollen Touren. Das ist schön. Was macht hier unten unsere Mülldeponie? Die ist nur noch bei 76%, das ist auch gut. Die hier ist bei 43% und die ist voll. Dann können wir die doch eigentlich auch leeren. Mal gucken, ob das die Dings schafft. Nicht die Raffinerie. Hier, das Recycling-Ding. Mein Gott. Gut. Oh, die Stadt schreit nach allem. Hauptsächlich nach Gewerbe und Industrie. Dann geben wir den noch erstmal ein bisschen Gewerbe. Jetzt fangen wir auch mal an hier mit dem dichtbesiedelten Gewerbe. Das haben wir ja neulich erst freigeschaltet. Mal gucken, was das so kann. Das bauen wir hier schön auf die rechte Seite von der Hauptstraße. Ob das alles so eine gute Idee ist, weiß ich immer noch nicht. Aber das wird sich zeigen. Wenn ihr sagt, das ist scheiße, macht das so und so, dann bin ich für so Vorschläge natürlich immer offen. Hier schalten wir mal die Ampeln aus, in der Hoffnung, dass hier ein bisschen mehr Verkehr, dass der Verkehr ein bisschen besser läuft. Hier, das lassen wir, das lassen wir. Was passiert, wenn ich die hier aufschalte? Nein, das lassen wir nicht. Gut. Wir brauchen Industrie und wir brauchen Wohngebiete. Wir gucken uns grad mal an, was wir denn hier für Gebiete zur Auswahl haben. Leider kann man hier jetzt nicht mehr so ranzoomen, aber ich würde sagen, wir sind ja hier und da geht unsere Hauptstraße lang. Und als nächstes werden wir uns einfach mal dieses Gebiet hier einverleiben, dass wir dann vielleicht hier hoch und irgendwie, ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie hier runter kommen, um dann später vielleicht wieder Anschluss hier an das Gebiet zu kriegen. Beziehungsweise um hier in diesem Tal und uns da weiter auszubreiten. Gut, dann kaufen wir das. Das kostet schlappe 7000. Das ist ein Schnäppchen, da schlagen wir doch grad zu. Und wieder ran. Und schon können wir bis hier hinten hin bauen. Wie wir sehen, haben wir hier jetzt auch den Zug schon eigentlich. Ist halt die Frage, ist das schlau den Zug jetzt da schon anzuknüpfen oder nicht? Was ist hier los? Hallo, hallo? Warum? Oh, oh. Unser Kraftwerk hat keinen nicht genug Rohstoff. Warum nicht? Ob der Tankwagen im Stau steht, das wäre natürlich nicht so fein. Ich glaube, wir müssen uns kurzfristig oder langfristig mal mittelfristig darum kümmern, hier diese Straße wieder auf Vordermann zu bringen. Das werden wir jetzt erstmal versuchen, einfach über die Traffic Mod zu machen und die Ampeln auszuschalten und den Spuren einfach mal zuweisen, so dass wir zum Beispiel diese mittlere Spur hier, dass dort alle Fahrzeuge nur geradeaus fahren dürfen, so dass wir die Fahrzeuge, die jetzt ganz hier hinten hin wollen, eigentlich ungebremst durchfahren könnten. Vielleicht hilft uns das. Wir versuchen es einfach mal. Jetzt machen wir die Zeit mal auf langsam. Und gehen hier auf den Mod. Dann klicken wir hier drauf. Die Spur darf nur da hin fahren. Die Spur darf nur da hin fahren. Abbieger. Dorthin. Die. Ist das schlau so? Ich bin mir unsicher. Die da. Die da. Die da. Wir dürfen nur da hin fahren. Jetzt haben wir hier noch eins frei. Das sind die, die kommen. Das sind quasi die. Das ist so richtig. Irgendwie sieht es falsch aus. Hm. Wir dürfen auch da hin fahren. Jetzt schaut mal die Anführer aus. Die Feuerwehr. Die fährt über ihre eigene Spur. Das ist wunderbar. Das funktioniert. Och je. Dann. Der hält jetzt alles hier auf. Nur weil er da rein will. Wir versuchen uns jetzt einfacher. Einfach erstmal Ampel aus. Wir gehen auf den Mod wieder. Suchen uns die Kreuzung aus. Manchmal will er nicht. Sagen, okay. Ihr dürft nur da hin fahren. Ihr müsst da rüber gerade aus. Ihr da. Da. Die da. Da. Ich hoffe. Vielleicht reicht das ja so schon. Und der Rest regelt sich von alleine. Versuch uns Ampel. Ampel aus. Dort. Ihr dürft hier noch gerade aus fahren. Hier dürft ihr auch gerade aus fahren. Aber wenn ihr abbiegen wollt. Dann. Wo dahin. No. Darüber. Dahin. Und dahin. Und dahin. Ampel hatten wir aus. Ja. Das ist ein bisschen müßig jetzt. Das hier bei allen Kreuzungen zu machen. Aber ich habe die Hoffnung. Dass wir so das kleine Verkehrsproblem hier ein bisschen entschärfen können. Dass die einfach schneller hier durchfahren können. Was ist das für eine kleine Straße? Ach hier geht es zu unserer. Recyclingstation. Einmal abbiegen. Und. Ihr dürft da. Und ihr dürft auch da hinfahren. Und so. Ihr dürft dort. Und so. Und da geht es nur darüber. So. Das sollte es erstmal gewesen sein. Und jetzt machen wir die Zeit wieder auf schneller. Es müsste der ganzen Sache natürlich ein wenig Zeit geben. Bis die Autos sich da. Ich sag mal. dran gewöhnt haben. Damit das hier ein bisschen besser fließt. Schalten wir auch hier die Ampel aus. Dass da keinen Rückstau gibt. Aber so richtig optimal ist das glaube ich hier immer noch nicht. Es kommen einfach zu viele Autos hier hoch. Ich glaube wir müssen hier. Entweder versuchen wir unterirdisch eine Autobahn hier unten lang zu ziehen. Und dann arbeiten wir nur mit Auf- und Abfahrten. Oder wir reisen die Hauptstraße irgendwie ab. Und setzen die Autobahn oberirdisch. Aber das wäre natürlich eine riesen Aktion. Ja. Was machen wir? Schlagt mir was vor. Bevor es in die Hose geht. Aber... Jetzt bauen wir erstmal ein bisschen Wohngebiet. Jetzt können wir diese Straße eigentlich erstmal fortsetzen. Wollen wir die hier über diesen Hang bauen? Ich weiß nicht ob wir das wollen. Wie sieht es wieder irgendwie komisch aussehen. Ist auch gar nicht mal so nicht steil. Was wäre denn wenn wir hier jetzt ein kleines Kürfchen bauen und sagen... Bau uns das unterirdisch. Um die 50.000 würde das kosten. Um die 50.000 würde das kosten. Ist halt die Frage. Wollen wir später eine Autobahn unterirdisch machen? Dann können wir uns die nämlich jetzt sparen. Ich hätte ja gerne Autobahn hier. Hier geht es auch nicht mehr so viel weiter. Ich glaube wir nutzen erstmal den Platz den wir hier haben. Und können uns ja dann noch überlegen. Wo wir dann im Endeffekt wirklich weiter gehen. Machen wir erstmal. Jetzt baut er natürlich hier wieder seine Brücken. Weil das hier eigentlich alles zu steil ist. Können noch bis... Da hin. Und dann machen wir das doch. Nehmen wir ein Küffchen. Oh das ist bereits belegt. Gut. Machen wir hier noch einmal so. Das sollte doch dann eigentlich reichen. Sieht das nicht schön aus hier. Es war wunderschön mit den Bergen und alles. Aber zum Bauen ist das echt manchmal gar nicht so einfach. Aber ich muss sagen. Ich finde das eigentlich immer noch besser als einfach so eine flache Ebene wo gar nichts ist. Wo man einfach nur seine Kästchen hinzieht. Und alles vollbaut. Ist natürlich optimal wenn man jetzt hier irgendwelche Einwohner Rekorde brechen möchte. Aber ich glaube das ist jetzt auch nicht so wirklich unser Ziel hier. Eigentlich soll es ja ganz nett aussehen. So. Ein bisschen Wohngebiet. Gewerbe haben wir nicht. Gehört das eigentlich zur... Industrie? Oder zur Gewerbe? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ob sie es brauchen. Deswegen. Wir bauen es einfach mal hier hin. Weißen dem Ganzen mal das hier zu. Aqua. Und Aqua. Und Aqua. Was ist denn unsere Stromversorgung? Die ist noch. In Ordnung. Kriegen wir noch einen kleinen Park. So. Ich habe schon wieder gelacht. Ihr seid nicht so glücklich. Dann kriegt ihr da auch noch eine Schaukel. Das sollte reichen. Warum habt ihr Müllprobleme? Das finde ich jetzt nicht so gut. Muss ich sagen. Was ist mit dir? Leert sich. 50%. Ein bisschen über 50%. Ich glaube wir müssen die mal wieder sammeln lassen. Ich meine. Die Müllfahrzeuge sind dann immer unterwegs zum. Recyclinghof. Was ist mit dem? Ja der ist auch. Ich würde sagen ziemlich an der Grenze. Dann soll der mal nichts mehr bekommen von dem. Mülldeponien. Aha. Da ist der. Haken. Der gute Kollege ist leer. Äh. Voll. Was machen wir da? Wir lernen. Jetzt hoffe ich mal dass die uns hier nicht aufs Dach steigen deswegen. Wir brauchen noch mehr Wohngebiet. Ich glaube wir müssen jetzt auch hier ein bisschen Wohngebiet hinsetzen. Das bleibt noch Gewerbe. Das machen wir noch. Ach komm wir machen hier auch noch Wohnen. Wohn Wohn Wohn. Wir nehmen hier Gewerbe. Und hier bauen wir dann später noch ein bisschen. Oder jetzt. Bürogebäude hin. Wir setzen hier noch ein bisschen Industrie hin. Müllberge. 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 Ich seh's doch. Das war echt nicht so schön hier mit dem ganzen Null. Belehrt sich. Okay hört mal auf damit. Sammelt wieder. Kein Platz mehr. Verdammt. Ich glaube wir kommen nicht drum rum. Noch eine zweite Recyclingstation zu bauen. Oder bauen wir uns den. Nein. Das kostet so viel. Wir bauen noch eine zweite Recyclingstation. Und diese zählt jetzt einfach mal hier unten hin. Auch wenn das nicht so. Gern gesehen ist bei den Jungs da unten. Aber. Was sollen wir tun? Wir müssen mal diese Mülldeponien leer kriegen. Wir müssen tatsächlich mal ein Schluckchen trinken. Sekündchen. Da bin ich wieder. Friedhof benötigt. Haben wir noch keinen Friedhof? Doch. Wir haben einen Friedhof. Keinen Friedhof. Tatsache. Das Krematorium können wir fast bauen. Aber noch nicht ganz. Dann bauen wir erstmal einen Friedhof. Wo setzen wir sowas hin? Ich würde sagen in der Nähe von der Müllverbrennung. Aber das ist... Warum eigentlich nicht? Es ist nicht so weit. Ja. Schon glücklich. Wir bräuchten hier oben glaube ich aber auch noch einen. Warum habt ihr kein Wasser? Keine Rohrleitung hingelegt haben. Was hier mit dem Müll wird ist besser. Mit dem Wasser hinten noch nicht. Doch. Was ist los? Wasserverfügbarkeit. Nicht schlecht. Dann nehmen wir doch mal ein Türmchen. Dann setzen wir es einfach. Das ist zu laut. Der kostet 320. Und der kostet 240. Schafft 60.000. Aber der sieht schöner aus. So. So. Nein. Damit haben wir auch erstmal wieder genug Wasser. Alles klar. Ich finde unser Verkehr hat sich doch ein bisschen verbessert. Es läuft alles etwas fließender. Hier in der Kreuzung kreuzt es sich noch ein bisschen. Aber okay. Hier läuft es eigentlich auch. Da brennt es. Hier läuft es. Unser Kraftwerk. Hat Öl. Für die nächsten Tage. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und immer noch Wohngebiet. Wo können wir denn jetzt noch Wohngebiet? Ich will halt nicht hier zur Industrie. Aber. Wir haben ja hier unten noch ein bisschen Platz. Auch wenn wir jetzt da. Das Recycling Center und den ganzen Quatsch da hingebaut haben. Versuchen wir es einfach mal. Kommen wir hier an der Seite noch vorbei. Wahrscheinlich nicht. Ort bereits belegt. Das geht jetzt oder was? Ah, wie blöd ist das denn? Ein kleiner Grafik-Bug. Würde ich behaupten. Das ist der Bagger. Weg damit. Gut. Ja, komm. Das wird auch hier hinbauen. Menno, ich will aber. Dann bauen wir jetzt. Die Straße mal raus. Nein, so, so, so. Ziehen die nochmal rüber. So. 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 Nein, das geht nicht. Wir setzen jetzt hier erstmal schnell. Wohngebiet hin. Wenn mir dieses Kästchen-System eigentlich gar nicht so gefällt. Ich versuche das immer irgendwie nicht ganz so eckig und symmetrisch zu machen. Auch wenn das wahrscheinlich ja das effektivste System ist, um hier aufzubauen. Aber, das gefällt mir nicht. Dann bauen wir jetzt nochmal schnell ein paar Parks. Hier noch einen. Da noch einen. Da noch einen. Ja. Und dann würde ich auch sagen, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.